Prozent Arnalds Maul Fick ich ins Knie und fickt eine ganze Generation und hoch springen und uah was hat mich jetzt gesehen nach ich werde es einfach warten seht ihr dieses komische Teil auf dem Rücken das aussieht als hätte ich mich da geschnitten das ist böse das Teil entzieht das verhindert dass ich hier meine Fähigkeiten auswählen kann das ist böse so hier müsste es aber kein einziger mehr sein oder kann ich jetzt einfach mal in diesen dummen Panzer rein wiii on jetzt Ach, ich musste nur einen absorbieren. Das finde ich schön. So, jetzt muss ich irgendwo hin und überfahre hier ganz viele Taxis, die mir blöd im Weg rumstehen. Bam! Sag mal, genau jetzt gibt's hier... Wow, da ist ein einziges anderes Auto, sonst nur Taxis. Ich mein, wie viele Taxis sind denn hier bitte? Wow, da ist eins sogar umgedreht. Wo muss ich denn hin? What the fuck? Wieso sind hier so viele Hives? Und da ist genau eine Base. Das ist nicht ganz regelrecht verteilt. Und jetzt hier alles überfahren, was mir im Weg ist. Scheißegal, ob ihr direkt in meinen Panzer reinläuft oder ihr einfach Pech gehabt habt. Das ist mir jetzt scheißegal. Aus dem Weg! Woho! Ich glaube, ich hätte da reingemusst, oder? Hier? Diese Panzersteuerung ist manchmal so für'n Arsch. Weee! Was heißt, ich muss all diese Panzer jetzt kaputt machen? Ja, ihr seid ja witzig. Ja, Hauptsache der Hunter geht auch noch auf mich. Das ist sehr schön. Ja, ich hab's doch gewusst. Ja, klar! Ja, in den Panzer reinkommen werde ich sowieso nicht. Irgendeine Rakete wird mir wieder ins Gesicht fliegen. Ah, nein! Ich hab's tatsächlich geschafft! Oh, mein Gott! Boom! Boom! Bums! So, und jetzt mach ich lieber einen Abgang hier. Wow! Was war das? Was war das? Geht mir alle aus dem Weg! Ich hab euch nichts getan! Ich hab nur eure ganzen Männer getötet, aber sonst hab ich euch doch nichts getan. Oh, ich hab da irgendwas vergessen. Strike Team and what? Oder so. Was ist das Gentech-Gebäude? Juhu! Was gibt's denn hier? Wow, da war schon wieder, dass das Spiel fast abgekackt wird. Ach, da ist noch ein Panzer. Und das ist ein Helikopter. Volldruck 7, back it up and sustain it over. Juhu! Ach, geh weg da. Stirb, Hunter! Du auch hier! Hunter töten! Ja, hauptsache er sieht mich. So ein dummes Kackspiel, ey. Weg hier! Ich muss befürchten, dass mein Spiel gleich wieder abkackt. Ah. Hört auf, auf mich zu ballern. Das ist nicht nett. Wow, es sind schon wieder zwei aufgetaucht. Juhu! Episch! Das ist doch das Gentech-Gebäude, ja? Wie viele Panzer kommen hier noch? Und ich werde direkt auf ihm landen! Ja, Hauptsache Hunter gehen zuerst mal auf mich los. Ich glaube, ich mache jetzt... Ja, natürlich! Was? Wer hat mich gesehen? Lass mich doch einfach alles... Alle in Ruhe. Manchmal ist dieses Spiel so asozial. Du sollst... Oh, meine Güte! Juhu! Ein Strike-Team! Der Xoneras ist so froh, dass er am liebsten kotzen könnte. Wie wäre es, wenn ihr euch alle ins Knie ficken würdet? Ich bin gerade still... Ja, was ist jetzt wieder? Wieso ist gerade mein Bildschirm schwarz geworden? Wieso könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Oh, jetzt lassen wir mich nicht einfach in Ruhe. Weg da! Bam! Boom, bam! Boom, bam! Boom! Kann dieses Strike-Team jetzt abhauen? Dankeschön! Strike-Team! Könnte ich jetzt dann vielleicht hier rein? Ja, weil ich jetzt keiner vom Militär bin, ist das klar. Gehst du jetzt in dieses dummes Scheiß-Ding rein? Danke! Und Hauptsache, die Hunter machen den Panzer kaputt, bevor ich überhaupt hier bin. Jetzt mach das kaputt! Mach putt! Putt! Alles kaputt machen! Kaputt! Jetzt den da! Dürften wir dann nun endlich mal irgendwie... Wow! Naja, wenigstens ob... Missionsziel und so. Ja, seht ihr, wie viel Schaden ich hier gerade abkriege? Ach, egal. Jetzt muss ich nur noch abhauen. Wow! Und ein bisschen Leben hätte ich gern. Bam! Ich will einen... Hallo, du sollst einen nehmen. Ah, super. Ich gehe immer davon aus, dass wenn ich einfach Alex Mercer bin, dann sehen die mich schneller, als wenn ich irgendein Passant bin. Ja, seht ihr? Sowas hasse ich. Man läuft eine Wand hoch und wird trotzdem runtergeholt. Das ist doch lame. Wieso Mission failed? The Blackboard Specter Commander is dead. Aha. Sehr geil. Und nun? Ach, ich hatte schon wieder so einen Grafik-Bug. Gehst du hier mal weg? Ah, nein, 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 nein. Ach Gott, wie mir alles auf den Keks geht. So, den da. Da drüben. Den da. Schnell. Auf die Taste, Herrmann, auf die Taste, Herrmann. So heftig, dass man es hört. Schnell. Ja, nein. Lexoneres kann natürlich nicht, weil eben 20 Raketen in die Fresse fliegen. Ah, ja, und dann noch ein Helikopter. Und Hunter. Wow, das meine ich doch. Episch. Leben ist jetzt gerade wichtiger. Ja, Hauptsache noch ein Strike-Team. Und drei Helikopter. Ach, es geht mir gerade alles auf den Keks. Ja, hier und der Panzer ist fast wieder down. Könnte ich jetzt vielleicht rein. Ja, wie wäre es, wenn ich mal auf die Hunter schießen würde, anstatt auf mich, ihr dummen, behinderten Hurenköpfe. Okay, jeder Hunter, der... Was ist jetzt wieder los? Ich überfahre jetzt einfach mal hier alles. Wow. Da ist einer. Wo ist der? Da ist noch einer. Ah. Yay, schon wieder ein schwarzer Bildschirm. Leute, ich sage euch, wenn das Spiel noch einmal abkackt, dann höre ich auf für heute. So. Sind wir dann hier fertig. Ja, klar, wie schnell. Schnell. Ich habe langsam echt keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und Hauptsache, mich verfolgen dabei noch 20 Helikopter. Und tot ist er ja immer noch nicht. Ja, und der ist schon wieder Mission Failed, weil der andere verreckt ist. Wie soll ich denn da rein, wenn ich ständig Raketen in die Fresse kriege? So eine dumme, behinderte, schwule Fick-Mission, ey. Oh, mein Gott. Der kommt da irgendwo von da vorne. Das war... Nein, der kommt halt auf der anderen Seite. Yay. Wow, ich habe ein Bild gesehen. Wow, was ist jetzt? Yay. Yay. Prototype funktioniert nicht mehr. Sehr gut. Sehr, sehr. Gut. Wo ist Prototype? Tschö, tschö.